Hallo ihr Lieben, Christian Emschermeyer, Paartherapeut, Coach, Diplompsychologe und so weiter und so weiter. Und ja, mein Video-Blog rund um die Themen Tätigen, Beziehung und Liebe. Ja, erstmal ganz lieben Dank für die super vielen, also wirklich extrem vielen netten Nachrichten, die ich erhalten habe bezüglich des Trauerfalls bei mir in der Familie. Und ja, also bin beeindruckt und hatte selten so ein Community-Gefühl wie jetzt in den letzten Tagen und ist richtig schön. Klar, meist geht es da so in die andere Richtung, dass es auch mal so ist. Und ja, war echt keine leichte Zeit. Und ja, vielleicht auch nochmal gucken, vielleicht interessiert euch das auch. Ich wollte vielleicht auch mal irgendwann, wenn ich das für mich verarbeitet habe, ein bisschen mehr machen zum Thema Tod und Trauer, weil ich meine, wenn eins sicher ist im Leben, ist, dass wir alle sterben werden. Und ja, muss mal gucken, weil da sind auch so viele verrückte Sachen passiert in den letzten Tagen, auch so spirituell, wenn man so will. Und ja, Gänsehaut, echt. Aber muss mal gucken, wie ich das vielleicht, was ich da vielleicht auch jetzt im Zusammenhang mit meinem Kanal damit mal mitmachen kann oder so. Also krass, krass. Aber habt ihr bestimmt auch schon vielfach erlebt und verrückt. Verrückte Sachen, die einem passieren. Schmetterlinge, die einem plötzlich rumflattern und es ist egal. Gehe ich ein andermal drauf ein. Mach nochmal kurz aufmerksam auf die wunderschönen Beutel. Ich benutze die auch schon viel. Sieht echt cool aus. Schön in Europa hergestellt. Schöne Details mit Aufklebern und allem pipapo. Genau. Findest du auf unserer Kursseite, wo es auch bis Sonntag den Code Anfang 20 gibt für 20% auf meine Kurse. Und genau. Gibt ja auch jetzt den Wohlfühlkurs ab 1. Juli und ab 1. August gibt es dann auch wieder eine Selbstliebe-Challenge. Und kommt zur Liebesche Party und schreibt uns, wenn ihr schon ein Ticket habt und kommen wollt. Also noch ein Ticket aus dem letzten Jahr. Schreibt uns, dass wir uns irgendwie drauf einstellen können. Ich glaube, 25.09. in Berlin findest du alles auf liebesche.de. Ja, du brauchst keine Freunde, ist das Thema heute. Ja, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen spitz formuliert. Aber, oh, das wäre Katzen hier. Aber ja, wenn ich mir das immer so angucke, ja klar, die Gesellschaft sagt immer, man soll beliebt sein und weiß ich nicht, ganz viele Freunde haben und ganz viel dies und jenes und alles ist immer im Kreis der Familie und ganz viele Leute mit denen man Fußball guckt oder was auch immer du gerne machst irgendwie. Und dass man manchmal das Gefühl hat, ist es so ein Mangel, wenn man das nicht hat. Aber ja, also ich denke, es ist natürlich schön und ist zumindest gut, wenn man, weiß ich nicht, einen Freund hat oder einen Partner hat. Aber man braucht auch keine Partner. Es bringt nur das Gleiche. So klar, das ist super und wir sind sicherlich Kontaktwesen. Aber ich persönlich bin der Meinung, aber wenn ihr es anders seht, schreibt das gerne in die Kommentare. Das ist das Einzige, was wir wirklich machen müssen, ist hier, weiß ich nicht, unsere Seele ausleben. Also das machen, was unsere Seele uns sagt. Das können auch nur wir hören. Das kann niemand anders hören. Und entsprechend, ja, danach leben, sage ich mal. Und sein Verhalten darauf ausrichten. Und wenn das jetzt bedeutet, das ist ja auch vor allen Dingen so ein Problem, was man auf diesem Liebeschiffweg auch haben kann, dass man sich einfach weiterentwickelt, was keine Wertung ist. Also sage ich nochmal, aber einfach seinen Weg geht, seine Aufgaben annimmt, das macht und dann feststellt, oh, ich habe ja höhere Ansprüche. Das reicht mir nicht mehr, was in meinen Freundschaften passiert. Ich habe keinen Bock, dass ich immer mich in irgendwas reingebe und, weiß ich nicht, irgendwas mache. Unter anderem aber nicht. Oder dass ich in Freundschaft investiere, unter anderem viel weniger. Und habe einfach keinen Bock mehr drauf. Dann mach das irgendwie. Dann lebt danach. Und wie gesagt, deswegen muss man nicht Freundschaften beenden oder so. Aber bleib deinen Grundsätzen treu. Bleib dem treu, was deine Ansprüche jetzt sind. Und wenn das eben nicht passt, irgendwie, dann, ja, lebt dein neues, kleines Leben ohne Freunde. Oder mit ganz wenig Freunden. Meistens hat man ja doch, oder hat man ja doch ein, zwei Leute, glaube ich. Hat fast jeder, würde ich mal sagen. Ob das jetzt Familie ist oder so. Und akzeptiere, dass auch das, wie alles gerade, wir leben wirklich in einem Zeitalter der Veränderung, auch das gerade krassen Veränderungen unterworfen ist und unter Umständen nichts mehr passt. Jetzt auch durch die Pandemie und Corona ist ja nochmal viel mehr verschoben. Und also sei froh und dankbar, wenn du gerade einen total coolen Freundeskreis hast. Dann freu dich. Und wenn es eben nicht so ist und einfach deine Freunde nicht das liefern, was du gerne hättest, dann sag, ja, okay, dann habe ich lieber wenig Freunde oder nur ganz lockere Sichten. Aber ich bin nicht bereit, wieder, weiß ich nicht, diese irgendwelche dünnen Freundschaften zu leben oder irgendwelche abgespeckten Versionen oder einseitige Freundschaften. Da habe ich einfach keinen Bock zu. Da habe ich keinen Bock zu. Und das muss auch gar nicht. Oder ist es in aller Regel, ist das auch überhaupt nicht, dass der andere da irgendwas jetzt denkt. Ich gebe da jetzt weniger rein. Oder sondern er ist einfach, führt Freundschaften anders, ist vielleicht unachtsamer oder, keine Ahnung, geht das Ganze anders an oder auch durchaus sich mit dir befreundet fühlt und alles ist gut. Aber es ist halt nicht das, was du willst. Und dann ist es so. Dann, also mach, habe ich lange nicht mehr gesagt, verpack das, runde nicht ins Eck hier, wenn es einfach nicht mal reinpasst. Passt es nicht mal rein. Und das ist manchmal echt ein schwieriger Prozess, denke ich, da seinen eigenen Weg zu gehen. Aber was, aber das, das ist, also meiner Ansicht nach, das Einzige, wofür wir hier sind, ist das, was wir uns hier vorgenommen haben, das auch umzusetzen. Das ist in unserer Seele verankert. Das ist, können nur wir wissen, können nur wir an uns reinhorchen. Und nichts anderes brauchen wir hier machen. Und das ist schon schwierig genug, das herauszufinden, so. Ja, äh, was gibt's noch? Ich versuche mal wieder reinzukommen. Äh, nächste Woche dann in Twitch. Es gibt nächste Woche auch, ähm, ein Instagram Live mit Steffi Stahl auf ihrem Kanal. Nächsten Mittwoch, 18 Uhr. Äh, das ist der 30. Juli oder so, glaube ich. Ja. Ähm. Dann, äh, sollte bald rauskommen der Podcast mit mir. Liebes Rausch heißt der, aber, ja, ich sag's nochmal, wenn er wirklich da ist. Und auch Soulmatching, ähm, ja, geht immer weiter. Äh, also jetzt ist so Anfang August, ist jetzt so der Starttermin für die Testphase. Und sieht wirklich super cool aus, kann euch da bestimmt bald mal mehr zeigen. Aber ich werde das nochmal so richtig erzählen. Wenn es denn wirklich ganz genau ist, jetzt gerade die ganzen, äh, rechtlichen Sachen, die da noch zu regeln sind. Und es ist ein Wahnsinn, gründet nie eine Dating Gap, kann ich euch sagen. Es ist einfach, äh, total krass viel, ähm, zu tun. Und, ja, also schlägt man mir auch gerade über dem Kopf zusammen, während man ja eigentlich auch ganz andere Probleme hat. Und, ja, wie das dann so ist, ähm, unterschreibe jetzt gerade den Vertrag für mein drittes Buch. Das kommt auch schon nächstes Frühjahr raus. Und ich bin gerade richtig im Saft, das war echt. Oh mein Gott. Ähm, und, ja, wollte auch nicht weit verreisen in diesem Sommer, aber es passt einfach alles nicht. Es ist einfach, ja. Gut, äh, in diesem Sinne, wir haben uns bald wiedersehen. Gut, äh, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wiedersehen.